Wir haben uns natürlich schon angespannt. Das ist wirklich unser gesellschaftliches Highlight hier heute Abend. Wir sind seit langem ausverkauft mit 1500 Gästen. Wir versuchen natürlich auch hier wieder irgendwo was Besonderes auf die Beine zu stellen. Gerade unsere Fashion-Show aus dem Haus Gäge Weber mit allen Marken wird natürlich ein Highlight sein mit internationalen Models mit einer tollen Choreografie mit der Tochter von Marius Müller-Westernhagen. Die wird das sehr musikalisch begleiten. Es ist eine fantastische Mischung und es wird heute Abend sehr spannend sein. Ich meine, von einigen von den Rehearsalen haben wir einen etwas neugierigen Weg gehabt, von hier ein bisschen früher zu sein. Es wird eine fantastische Nacht. Wir haben einiges fantastisches Essen, wir haben einiges legendarisches Tennis passiert direkt auf unserer Türkei. Meine Band sind super excited, sie laufen auf und runter. Ich darf ja nicht so viel verraten, weil ich weiß ja, was uns erwartet. Ich bin ja da auch aktiv dabei und deswegen, ich würde sagen, einfach überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall schön. Es ist wirklich eine sehr lockere und angenehme Erfahrung. Und eben natürlich die Fashion-Show, das gehört dazu, den ganzen Gäge Weber Open. Das ist auch der grosse Sponsor hier natürlich und der das alles geschafft und gemacht hat. Und darum macht es immer wieder unheimlich Spass, hier dabei zu sein.